Wir machen heute ein Experiment. Wir machen 60 Minuten lang Liegestützen, jeder guckt, wie viel er schafft in der Zeit. Endlich normale Leute! Kostet gleich 100 auf 5, glaube ich. Balance, Bastian. Du bist besser. Also manche haben mir scheinbar langweilig. Wenn ich das nicht hart genug. Oh, wie viel last ist? 650. 615, in 60 Minuten. Ich habe 1371 geschafft in einer Stunde. Man muss sich wahrscheinlich erst mal dran gewöhnen. Ich habe 458 geschafft. Ich habe Neustadt nicht gemacht. Ich fand es außergewöhnlich, kurzweilig die Stunde.